Ja, herzlich willkommen zurück und Tag auch zu Baseball Verstehen. Bevor es losgeht, heute mit dem neuen Thema, zwei Sachen vorweg. Zum einen, ich war in den letzten Tagen erkältet, habe immer noch einen Husten. Also ich werde vielleicht manchmal hier auf mein Mikrofon klicken und das Mikrofon muten. Richtig, damit ihr den Husten nicht hört. So, das ist das eine. Und zum anderen möchte ich mich erstmal an dieser Stelle bei euch wahnsinnig bedanken. Ey, was für ein tolles Feedback habe ich bekommen zu vielen Videos, die jetzt erschienen sind. Sowohl von Baseball Verstehen als auch die ersten MLB The Show 24 Videos. Also vielen Dank für eure Wertschätzung mir gegenüber, diesem Projekt gegenüber. Und ja, es ist ein Hobbyprojekt. Mir geht es nicht darum, ob ich 10 oder 100 oder 1000 Leute erreiche. Wenn es die richtigen erwischt, absolut perfekt. Aber wenn ihr diesem Kanal und diesem Projekt helfen wollt, ja, dann immer einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, weiterempfehlen, teilen. Da bin ich dann auf euch angewiesen. Aber noch einmal, für mich ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir eine ganz kleine Community bleiben. So, jetzt in diesem Video kümmern wir uns mal um die Saison, um eine Baseball-Saison. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, denn das Videospiel MLB The Show 24 ist jetzt released. Und ich spiele ja da den Franchise-Mode unter anderem. Also den Franchise-Mode, den Saison-Modus mit meinen New York Yankees. Und damit ihr versteht, worum geht es da eigentlich und wann steigt man eigentlich in die Playoffs auf und wie kann man eigentlich so eine Liga, so eine Saison gewinnen. Darum geht es heute. Aber auch die MLB-Season startet ja Ende März, also in wenigen Tagen. Und damit ihr gut vorbereitet seid, möchte ich versuchen oder ich werde versuchen, in diesem Video euch das jetzt alles zu erklären. Ligen, Divisionen, die Post-Season, so heißen die Playoffs beim Baseball und dann die World Series. Das ist dann das Finale. Ja, und dann steigen wir wieder ein, einfach ehrlich gesagt nur aus Nostalgiegründen, weil ich es in jedem Video getan habe, mit dem schönsten und beeindruckendsten Sportstadion der Welt in New York, in der Bronx, das New York Yankee Stadium. Ich liebe dieses Stadion, aber okay. Gut, also, worum geht es beim Baseball bei so einer Saison? Ich versuche euch das jetzt so gut ich kann zu erklären. Wie immer, ich weiß, glaube ich, relativ viel. Ich fühle mich ziemlich sicher in dieser Thematik. Aber alles, und das werdet ihr auch an der einen oder anderen Stelle merken, alles weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, man muss auch nicht immer alles wissen. Wichtig ist vielleicht jetzt erstmal dieses hier, dass man versteht, wie viele Teams spielen eigentlich in der MLB, in der Big League oder, wie sie oft gesagt wird, in der Show. Deswegen, wenn ein Spieler seinen allerersten Hit schlägt, so in seiner Karriere, ein Rookie, er ist neu dabei, er schlägt einen Hit und er kommt ans erste Base, dann hört ihr mehr oder weniger jeden Fernsehkommentator immer hören, hey Kid, welcome to the Show. Und deswegen wird die MLB auch die Big League und die Show genannt. Und deswegen haben natürlich auch die Damen und Herren von den San Diego Studios ihr Videospiel MLB The Show genannt. Daher der Name. So, also, in dieser MLB spielen 30 Teams. Ihr seht die hier, warte mal, jetzt weiß ich gar nicht, wo ihr das seht, also ihr seht es da, ne? Da oder da? Es spielen 30 Teams. Und die MLB ist unterteilt in zwei Ligen. In die American League und in die National League. Und in jeder Liga spielen 15 Teams. Und in jeder Liga gibt es drei Divisionen A5 Teams. Also gucken wir uns das jetzt mal. In der American League gibt es die American League West. Da spielen die Houston Astros, die LA Angels, die Oakland A's, die Seattle Mariners und die Texas Rangers. In der Central, die White Sox, die Cleveland Guardians, ja genau, Detroit Tigers, Kansas City Royals und die Minnesota Twins. Und in der American League East, die Baltimore Orioles, die Boston Red Sox, New York Yankees, Tampa Bay Rays und die Toronto Blue Jays. Also so ist das aufgeteilt. Zwei Ligen, American League und National League. In jeder Liga gibt es drei Divisionen und zwar West, Central und East. Und in jeder dieser Division spielen fünf Teams. So muss man sich das vorstellen. Ich glaube, wenn man es einmal kapiert, ist es relativ einfach. Und durch die Bezeichnung West, Central, East weiß man auch ungefähr, wo diese Mannschaften auch beheimatet sind. Dann ist es tatsächlich. Gucken wir mal auf meine Lieblingsdivision. Sie ist auch allgemein bekannt als die vielleicht schwerste Division der letzten 10, 20 Jahre. Das ist die American League East. Die Baltimore Orioles, die unfassbar im letzten Jahr in die Postseason gekommen sind. Dann natürlich die beiden großen Traditionsclubs, die Boston Red Sox und die New York Yankees mit einer dicken, dicken Rivalität. Dann die Tampa Bay Rays, die immer wieder positiv überraschen können. Und die Toronto Blue Jays, das einzige Baseball-MLB-Team aus Kanada. Die auch immer mal wieder ranschnuppern an die Postseason, die auch jetzt in dieser Saison, wenn ich das sagen darf, ein richtig gutes Team zusammen haben. Also, diese fünf Teams bilden die American League East. Und wenn ihr euch jetzt die amerikanische Karte mal vor Augen führt, ja, dann wisst ihr, die sind alle an der Ostküste. Also, Boston, Baltimore, New York, Tampa Bay, zugegeben, weit unten in Florida, aber auch an der Ostküste und auch die Toronto Blue Jays. So, und deswegen bleiben die Teams immer, wie sie sind. Also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ach nee, jetzt nehmen wir mal die New York Yankees und jetzt packen wir sie mal in die American League Central oder so. Nein, diese Teams wissen, sie spielen immer gegeneinander. Diese Teams wissen immer, wir sind in einer Division. Jedes dieser Teams weiß, wer der Divisionsgegner ist, sag ich mal, und gegen wen man am Ende sich durchsetzen muss. Und da gibt es einige Divisionen, die sind da ein bisschen leichter oder langweiliger, kann man auch sagen. Und es gibt einige Divisionen, wie diese hier zum Beispiel, die American League East, die ist echt um Kämpf, weil da, ich, vor wenigen Jahren hätte ich immer gesagt, da sind vier starke Teams drin, nur die Baltimore Orioles, die, na, sie sind so ein bisschen ferner liefen. Ja, aber jetzt haben die durchgestartet mit vielen jungen Spielern. Und wie gesagt, sie waren das erfolgreichste Team im letzten Jahr in der American League East, also besser als alle anderen in dieser Division. Ich muss husten, Mikrofon muten. Jetzt sind, ähm, jo, also, ich merke schon wieder, ich hole sie zu weit aus und ihr klickt schon wieder zu weit vor, also geht schnell weiter. Jede Division besteht aus fünf Teams und nicht aus fünf Trams, wie ich gerade sehe. Schöner Tippfehler, hoops, ja, hast du wieder super gemacht. So, wer, gegen welche Mannschaften spielen die eigentlich immer? Ähm, das kann man relativ einfach sagen. Also, eine Saison besteht aus 162 Ligaspielen. Es geht Ende März los und endet irgendwann Anfang Oktober und die Teams spielen mehr oder weniger fünf Spiele pro Woche. So müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, also 162 Saisonspiele. 76 Spiele spielst du innerhalb deiner eigenen Division. Also, 76 Mal spielen die hier gegeneinander. Also, die New York Yankees, um bei meinem Team zu bleiben, die New York Yankees haben 76 Spiele gegen Baltimore, gegen Boston, gegen Tampa Bay und gegen Toronto. 76 und so ist das bei jedem Team, bei jeder Division. Das sind die Teams, mit denen du absolut, gegen die du am meisten spielst. Und deswegen sage ich ja, ne, so eine American League East, die in den letzten 10, 20 Jahren bekannt war, einfach die schwerste Division zu sein. Denn da hast du dann ganz viele Spiele auf hohem Niveau. Während es dann vielleicht andere Divisionen gibt, mit Teams, die gerade schwächeln. Die spielen dann auch 76 Mal gegeneinander. Aber naja, das ist dann mehr so ein Mittelfeldgeplänkel. Das ist vielleicht nicht ganz so spannend, außer natürlich für die eigenen Fans, das ist klar. Aber so für den allgemeinen Baseball-Fan ist jetzt vielleicht so eine American League Central nicht so wirklich spannend gerade. Das ändert sich ja auch durch das Draft-System. Das erkläre ich, wenn überhaupt, irgendwann mal in einem anderen Video. Das würde ich jetzt so weit führen. Aber das ist ja das Schöne. Da ist ja immer eine Bewegung in allen amerikanischen Sportarten. Und wenn jetzt irgendwie die Kansas City Royals, die momentan echt schlecht sind, die haben irgendwie vor ein paar Jahren die World Series gewonnen. Und dann haben sie halt Spieler verloren und nicht gute nachgeholt und dann müssen sie alles wieder neu aufbauen. Also ich will damit nur sagen, dass, wenn ich sage, die American League East ist jetzt eine sehr, sehr niveauvolle Division, dann ist das jetzt richtig. Das ist auch für die letzten 10, 20 Jahre richtig. Das muss aber nicht unbedingt für die nächsten 10, 20 Jahre sein. Kommt ja mal drauf an, wie die Teams sich entwickeln. Also momentan sind die Spiele der American League East untereinander für den allgemeinen Baseball-Fan in der Regel deutlich spannender als Spiele in der American League Central, wo jetzt nicht so spektakuläre Teams gerade unterwegs sind. Aber wie gesagt, kann sich alles ändern. Also, zurück. Die New York Yankees, um beim Beispiel zu bleiben, ist vielleicht ganz einfach, spielen also 76 Spiele gegen die Teams in der American League East. Hier, in dieser Liga. Da spielen sie 76 Mal gegeneinander. 66 Spiele bestreiten sie gegen die anderen Teams aus ihrer Liga. Also aus der American League West und Central. Da spielen sie nochmal 66 Spiele gegen diese Mannschaften. Und nur 20 Spiele pro Saison spielst du gegen Teams aus der anderen Liga. Also die New York Yankees spielen pro Saison nur 20 Spiele gegen einige der Teams hier in der National League. Das bedeutet, das Duell New York Yankees gegen Boston Red Sox, das siehst du jedes Jahr häufig. Ein Spiel der New York Yankees gegen die Los Angeles Angels sieht man nicht ganz so häufig, kommt aber auch mehr oder weniger in jeder Saison mal vor. Vielleicht gibt es da zwei Serien. Zu den Serien komme ich gleich. Aber gegen die Los Angeles Dodgers, um bei der gleichen Stadt zu bleiben, da spielen die Yankees ein paar Jahre vielleicht gar nicht gegen die. Und dann vielleicht fahren sie einmal zu den Dodgers und spielen da eine Serie. Und irgendwann kommen die Dodgers dann einmal in die Bronx nach New York und spielen dann gegen New York. Aber das sind Spiele, die sind ganz selten, die sind nicht in jedem Jahr. Und das ist natürlich für die Fans dann unfassbar spannend. Oder hier, ihr seht New York Yankees und die New York Mets, gleiche Stadt, nennt sich die Subway Series. Ich glaube, die gibt es mehr oder weniger jedes Jahr. Da scheint der Kommerz dann doch zu greifen, weil das ist natürlich so ein Stadtderby für die Stadt interessant, aber auch für alle anderen natürlich wahnsinnig interessant. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr gegeneinander spielen, oder? Aber wie oft spielen die New York Yankees gegen die Marlins? Ja, jetzt gerade in dieser Saison, weiß ich, ziemlich zu Beginn spielen die gegeneinander. Aber es ist halt nicht oft der Fall und es muss auch nicht immer der Fall sein. Also hier gibt es nur 20 Spiele. Es gibt also diverse Teams gegen die New York Yankees, immer nur als Beispiel. Ihr könnt euch jetzt jedes andere Team natürlich im Kopf für euch abspeichern. Also die New York Yankees spielen nicht jedes Jahr automatisch gegen all diese Teams in einer Schnulling. Es wird auch diverse Jahre geben, wo sie nicht gegen die Pittsburgh Pirates spielen oder gegen die Philadelphia Phillies oder gegen die Miami Marlins, wie auch immer. Ich glaube, Mets, das finde ich jetzt echt interessant, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Ich glaube, Mets haben sie jedes Jahr. Witzig. Okay, gut, also, ich hoffe, das konnte ich so weiter klären. Du spielst 162 Spiele, du spielst 76 Spiele gegen die Teams aus deiner Division, 66 Spiele gegen die Teams aus deiner Liga und 20 Spiele gegen die Teams aus der jeweils anderen Liga. Ja, das habe ich eben, ich habe mich eben versprochen, ne? Also, nochmal, 76 Spiele Division, gegen die eigene Division, so ist es richtig, 66 Spiele gegen die Division insgesamt, also auch gegen die anderen, in diesem Fall Western Central und nur 20 Spiele gegen die andere Liga. So, ich glaube, ihr habt es schon lange kapiert und ich rede hier viel zu lange rum. Okay, so, wie sehen solche Spiele aus? Man spielt immer in Serien. Manchmal sind es zwei Spiele, die man gegeneinander spielt, manchmal drei Spiele, manchmal vier Spiele. Nicht ohne Grund habe ich die drei hier so ein bisschen hervorgehoben, weil die allermeisten Serien sind drei Spiele-Serien, wo du dreimal an drei Tagen hintereinander gegen das gleiche Team spielst. Und, das ist, 162 Spiele zu organisieren in diesem großen Land Amerika, das ist halt wahnsinnig komplex und hat natürlich super viel mit Reisen zu tun. Deswegen bleiben die Teams an der Ostküste ja unter sich und die Teams an der Westküste und die Teams in der Mitte des Landes. Deswegen bleiben die ja unter sich, damit du da nicht immer kreuz und quer fliegst, sondern dich erstmal auf eine Region beschränkst. Und wenn du dann schon im Flugzeug sitzt und irgendwo hinfliegst, dann machst du das ja nicht für ein Spiel, sondern dann machst du gleich mehrere Spiele. Oder ich weiß zum Beispiel, dass die New York Yankees starten jetzt ihre Saison, die 2024er Saison, die starten sie in Houston, hier in der American League West. Sie fliegen also zu Beginn der Saison nach Houston und bleiben dann, spielen da vier Spiele gegen Houston und bleiben dann im Westen und spielen dann noch drei Spiele gegen die Diamondbacks, die Arizona Diamondbacks. So und so ist das ja klar, dass du sagst, also wenn du schon mal quer da über den Kontinent fliegst, dann bleibst du dann auch da, spielst ein paar Spiele und dann kommst du irgendwann zurück und spielst dann wieder zu Hause. So also meistens sind es drei Spiele und das ist so interessant, weil und ich finde es auch ganz clever, also ich gucke ja schon Baseball viele Jahre und am Anfang habe ich das gar nicht so drauf gehabt. Mittlerweile lebe ich das viel mehr und finde das auch toll, weil so eine Serie, zwei Spiele, drei Spiele, vier Spiele, aber ich bleibe nur bei meinem Beispiel jetzt bei drei Spielen, weil es am einfachsten zu erklären ist. Das macht dann jedes Spiel so ein bisschen spannender, denn wenn ich euch jetzt sage, heute Abend spielen die New York Yankees ihr 55. Ligaspiel oder ihr 71. oder ihr 104. von 162, dann würde jeder ja sagen, ist doch egal, ob die das gewinnen oder verlieren. So, aber wenn es eine Serie ist, wenn ich euch sage, heute ist das erste Spiel gegen die Boston Red Sox, das erste von drei, dann wird es anders, egal ob es das 55., 71. oder 104. Spiel der Saison ist. Nein, das ist, ja, das ist richtig, aber es ist das erste Spiel in der Serie gegen die Red Sox und gegen die spielen wir jetzt dreimal und du möchtest natürlich als Fan und natürlich auch das Team möchte das, dass man jede Serie für sich entscheidet, dass man jede Serie gewinnt. Also wenn du dreimal als Yankee gegen die Red Sox spielst, dann willst du davon mindestens zwei Spiele gewinnen und dann werden auf einmal die Spiele spannend. Ja, dann verlierst du das erste Spiel gegen die Red Sox und dann denkst du schon beim zweiten Spiel, oh fuck, ey, wenn wir das auch noch verlieren, dann haben wir die ganze Serie verloren. Wenn ich euch jetzt sagen würde, ey, gestern haben die Yankees ihr 71. Saisonspiel verloren und heute ist dann das 72., dann würdet ihr sagen, ja, ist doch egal. Aber so auf einmal wird eine Serie wieder spannend und es ist ganz klar, gewinnst du die allermeisten Serien, ja, dann wirst du auch am Ende der Saison sehr weit oben stehen. Verlierst du die allermeisten Serien, dann wirst du höchstwahrscheinlich mit der Postseason, also den Playoffs, nichts zu tun haben. Also ist es auch immer wichtig, dass man möglichst viele Serien für sich entscheidet. Bei drei Spielen, wie gesagt, das kommt am häufigsten vor, da ist es dann klar, da muss ja jemand gewinnen. Bei zwei oder vier gibt es natürlich auch ein Unentschieden, dass jeder ein oder jeder zwei Spiele gewinnt. Aber du willst dann auf jeden Fall, bei zwei oder vier Spielen, du willst auf jeden Fall die Serie nicht verlieren. Auf jeden Fall nicht verlieren, das ist wichtig. So und deswegen gucken Fans und gucken Teams oft in Serien und das macht es für mich auch als Fan echt spannend. Wenn ich weiß, sie spielen jetzt vier Spiele gegen die Houston Astros, dann hoffe ich, dass wir mindestens zwei gewinnen. Und wenn wir dann zu den Arizona Diamondbacks fahren, Dreier-Serie, dann will ich, dass wir mindestens auch zwei gewinnen und dann die Serie gleich mit uns mitholen. So, das, darauf guckst du als Fan. Ja, so, jetzt sind 162 Spiele gespielt und jetzt ist die Frage, wer kommt, ich sag's ein allerletztes Mal, in die Postseason-Playoffs, also ihr wisst von Eishockey und Basketball und ich weiß gar nicht, American Football auch, da heißt es, glaube ich, überall Playoffs. Es ist das Gleiche im Baseball, nur das nennt sich Postseason. Okay, so, jetzt brauche ich das nicht mehr erklären. Postseason, haben wir drauf. So, wer kommt in die Postseason? Ich habe euch jetzt hier mal die Endtabelle gezeigt, oder ich zeige euch jetzt hier gerade die Endtabelle der American League aus dem letzten Jahr, 2023. So, und ich sage euch, das steht ja schon dick und fett, es kommen sechs Teams pro Liga in die Postseason. Also insgesamt zwölf Teams. Sechs American League, sechs National League. Also von 30 Teams fallen dann schon mal 18 aus, genau, für die ist dann die Saison zu Ende und für zwölf Teams geht es noch weiter. Und wer sind jetzt diese sechs Teams pro Liga? Nun, das sind zum einen relativ einfach die jeweiligen Gewinner ihrer Division. Also, die Orioles haben gewonnen und sind natürlich dann in der Postseason, in der American League East, in der American League Central haben die Twins gewonnen und sind natürlich automatisch in der Postseason. Und in der American League, ah, sehr gut, ich musste hier auf meinem Bildschirm was machen. Und in der American League West sind es die Astros geworden. Das war sehr spannend, dazu komme ich gleich. So, also die ersten drei stehen fest. Ja, aber wer sind dann die Teams vier, fünf und sechs, die dann in die Postseason kommen? Wir in Deutschland würden höchstwahrscheinlich sagen, ey, das wäre ja wohl am fairesten, wenn der jeweils Zweitplatzierte in die Postseason kommt, oder? Das wäre jetzt, glaube ich, ein ziemlich deutscher Blick. Ich habe das ehrlich gesagt auch die ersten Jahre mal gedacht. Ich habe es am Anfang auch nicht so ganz verstanden. So, dass ich denke, so, da müssten ja die Orioles und die Rays, die Twins und die Tigers und die Astros und die Rangers da reinkommen in die Postseason. Nope, nein. Denn das ist nur im ersten Moment fair. Es klingt fair. Der jeweils Zweitplatzierte kommt weiter. Aber sportlich gesehen ist das nicht fair. Denn ich habe euch ja vorhin gesagt, die Divisionen haben unterschiedliche Stärken. Es gibt Divisionen, die sind besonders stark und das ist dann auch besonders schwer, sich durchzusetzen. Und dann gibt es Divisionen, die sind nicht so stark und das ist vielleicht für ein gutes Team super leicht, sich mal durchzusetzen. Und deswegen hat man Folgendes gemacht. Klar, die Divisionssieger kommen definitiv in die Postseason, aber danach kommen, warte, die drei besten Teams hinter den Siegern. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen die Tabelle hier angucken. Und dann schauen wir mal, wer war denn das im letzten Jahr? Also, hier seht ihr die Orioles als Beispiel. Haben eine geile Saison gespielt. Über 100 Siege. Fantastisch. 101 Sieg, 61 Niederlagen, haben 62,3% ihrer Spiele gewonnen. Ihr wisst, bei Prozenten, die Amerikaner nehmen das immer 1.000. Und wir sehen, ich lese das meistens europäisch und deswegen sage ich, das sind 62,3%. So, wie viel Heimsiege, Auswärtssiege und so, das ist unwichtig. Wichtig ist tatsächlich dieser Prozentsatz. Die Orioles haben 62% ihrer Spiele gewonnen. Die Rays 61%. Guckt euch das an. 99 Siege, 63. Die sind nur zwei Spiele schlechter. Die Rays haben 61 Spiele gewonnen. Die Blue Jays, äh, 61% der Spiele gewonnen. Die Blue Jays, buh, 54%. Hm. Die Yankees, 50%. Wow. Und die Red Sox, nur 48%. Keine gute Saison. Von den Yankees auch nicht. Komm, kein Lästern gegen die Red Sox. Alles in Ordnung. So, bei der American League Central, ihr habt vielleicht mit euren Augen mittlerweile schon geguckt. 53% die Twins, damit haben sie diese Division gewonnen. Auf Platz 2 die Tigers mit 48%. Die Guardians, 46%. Die White Sox, 37%. Und die Kansas City Royals, 34%. Stellt euch mal vor, ihr seid Fans der Kansas City Royals. Und ihr guckt das ganze Jahr eurer Lieblingsmannschaft zu. Und ihr guckt von März bis Oktober. 162 Spiele. Und ihr guckt euch viele Spiele selbst an. Und wenn ihr sie mal nicht sehen könnt, dann guckt ihr sie bei YouTube nachher die Highlights nochmal nach. Und ihr seid voll dabei. Und euer Team gewinnt 56 Mal und verliert 106 Spiele. Das tut weh. Das tut weh. Und im American League West, da haben die Astros 55,6% ihrer Spiele gewonnen. Und die Rangers auch 55,6%. Das kommt super selten vor. Aber es kommt mal vor, dass nach 162 Spielen Platz 1 und Platz 2 genau gleich ist. Beide Teams 90 Siege. Beide Teams 72 Niederlagen. Ihr könnt euch vorstellen, am letzten Spieltag von den Astros und von den Rangers, was bei den Fans da los war. Die wussten, wenn wir das Spiel verlieren, dann verlieren wir Platz 1. Und wir müssen jetzt irgendwie auf jeden Fall Gleichstand bekommen. Jetzt werdet ihr sagen, okay, aber warum sind jetzt die Astros auf 1 und die Rangers auf 2? Da möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren, weil es nicht wirklich wichtig ist. Es kommt sehr selten vor. Das ist wirklich eine Ausnahme. Die kommt immer mal wieder vor, aber sie ist wirklich selten. Seitdem ich Baseball verfolge, habe ich das. Da kann man an einer Hand abzählen. Und ich gucke schon seit weit über 10 Jahren in allen Ligen überall. Das hast du selten. Und deswegen müssen wir uns damit nicht so beschäftigen. Also zum einen brauchen wir das nicht lange thematisieren, weil es kommt nicht oft vor. Und zum anderen kenne ich die Regel dahinter jetzt auch nicht. Ihr kennt das vielleicht von der Fußball-Weltmeisterschaft. Da hast du ja auch diese 6 Spiele in der Vorrunde. Und da hast du ja manchmal dann, dass Mannschaften die gleiche Punktzahl haben und vielleicht auch sogar das gleiche Torverhältnis. Also ist auch gleich. Und da gibt es da ja auch so einen Schlüssel. Dann wird gesagt, okay, also wenn Punkte gleich sind und Tore gleich sind, dann wird entschieden, wer hat die meisten Tore geschossen. Oder was weiß ich, oder wir haben die gegeneinander gespielt. Da gibt es dann ja auch irgendeinen Schlüssel, der dann greift. Und hier ist das genauso, dass man sagt, okay, 90 Siege, 72 Niederlagen. Aber wer hat vielleicht die meisten Runs geschlagen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das die erste Regel ist. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Wer hat die meisten Runs geschlagen? Wer hat die meisten Innings für sich gewonnen? Wie auch immer. Da gibt es dann auch so einen Schlüssel, wo dann die Astros knapp vorne waren. Okay, so und dann sind wir noch nur, damit wir das einmal anständig beendet haben. Die Seattle Mariners 54%, die Angels mit Shoei Otani und Mike Trout. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei absolute Superstars. Gewinnen 73 Spiele und verlieren 89 Spiele. Was ist da los? Also gewinnen nur 45% ihrer Spiele. Und noch schlechter als die Royals waren die Oakland Athletics mit 50 Siegen und 112 Niederlagen. Die haben nur 30% ihrer Spiele gewonnen. Oh Mann, die Abend Athletic Fans. So, also wir wissen jetzt, die ersten drei, also die drei Divisionssieger kommen weiter. Und dann auf den Plätzen vier, fünf und sechs, die jeweils drei besten Teams. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also die Rays sind definitiv dabei. Die haben 61% ihrer Spiele gewonnen. Die Rangers werden auch definitiv dabei sein. Die haben 56% ihrer Spiele gewonnen. Und dann haben wir hier eine Mannschaft, Entschuldigung, mit 54% und hier mit 54,9% und die hatten 54,3%. Also die Blue Jays, gucken wir mal genau hin, 89 Siege, 73 Niederlagen und die Mariners 88 Siege, 74 Niederlagen. Du spielst das ganze Jahr, 162 Spiele und es ist ein einziges Spiel. Die Mariners waren nach 162 Spielen draußen und die Blue Jays kamen weiter. Insofern haben wir jetzt hier drei Teams in der American League East, die weitergekommen sind. Orioles, Rays, Blue Jays. Dann haben wir zwei Teams aus der American League West, die weitergekommen sind, die Astros und die Rangers. Und nur ein Team aus der momentan relativ schwachen American League Central. Nämlich nur den Gewinner, weil Platz zwei schon schlechter war. So müsst ihr euch das vorstellen. Das bedeutet, jetzt habe ich wieder meine Yankee-Brille auf, weil ich natürlich die American League East mit Abstand am meisten verfolge. Es ist theoretisch möglich, dass in einer Division, als Beispiel die American League East, ihr könnt jetzt jede andere Division natürlich in eurem Kopf auch haben, aber dass in einer Division sogar die ersten vier weiterkommen. Weil es könnte ja sein, dass hier der Viertplatzierte immer noch mehr Prozente seiner Spieler gewonnen hat, als alle anderen Mannschaften in der American League Central oder West auf Platz zwei. Könnte ja theoretisch sein. So, und deswegen kann man nie sagen, ja, du musst Zweiter werden oder so. Nee, du musst Erster werden, dann bist du sicher drin. Oder du musst von dieser gesamten Liga, in der du spielst, musst du zu den sechs besten Teams gehören. Wenn du halt nicht deine Division gewinnen kannst. Darum geht's. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ganz gut erklären. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ich nehme weiterhin das Beispiel aus dem letzten Jahr. Also pro Liga sechs Teams. Die beiden besten Sieger sind in der LDS gesetzt. So, das muss man jetzt erklären. Gucken wir erstmal auf die Grafik. Dann seht ihr, es gibt, ich bleibe jetzt hier in der American League. Das Gleiche zählt natürlich. Alles, was ich jetzt gleich sage, zählt natürlich auch für die National League. Ja, es gibt eine erste Runde, das nennt sich die Wildcard Round. Die ist relativ neu, aber zur Geschichte und was sich da alles in den letzten Jahren verändert hat. Ich würde sagen, dann wird das Video wieder XXL Länge. Lassen wir das mal. Wir gucken jetzt, so wie ist es denn jetzt aktuell. Das ist ja eh am spannendsten. Also es gibt als erstes eine Wildcard Runde. Dann die zweite Runde nennt sich American League Division Series. Das ist diese hier. In Deutsch würden wir jetzt sagen Viertelfinale. So, dann gibt es, dann die Gewinner von der American League Division Series spielen dann gegeneinander in der American League Championship Series. Und der Gewinner hier geht in die World Series, also ins Finale. So, so ist das aufgebaut. Jetzt die Frage, wieso die Orioles und die Houston Astros, warum sind die jetzt automatisch in der American League Division Series? Und warum muss das Team der Minnesota Twins noch in so eine Wildcard? Das ist ja unfair, die haben doch auch ihre Division gewonnen. Ja, aber schwach. Ja, von den drei Gewinnern hatten die Orioles 62 Prozent. Sie waren die Besten. Die Astros haben 55 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Und die Twins nur 53 Prozent. Also, von den drei Gewinnern waren sie am schwächsten. Und deswegen, sorry, sorry, liebe Twins, müsst ihr in die Wildcard Runde und euch da beweisen. Du kommst rein, aber du bist noch nicht super weit gekommen. Ja, und die anderen drei Teams, die kommen natürlich auch in diese Wildcard Runde. So, ihr seht es hier auch an diesen Zahlen, die daneben hier in dieser Grafik sind. Also, die Orioles, die waren das beste Team nach 162 Spielen. Die sind von der American League auf 1 gesetzt und die Houston Astros auf 2 gesetzt, die Minnesota Twins auf 3 gesetzt, weil sie ja ihre Division gewonnen haben. Und dann die Tampa Bay Rays auf 4 gesetzt, die Texas Rangers auf 5 gesetzt. Und wir haben es gesehen, die Toronto Blue Jays ganz knapp reingekommen, auf 6 gesetzt. So, und jetzt müssen die gegeneinander spielen. Habe ich das jetzt hier nicht aufgeschrieben? Doch, ich glaube schon. Die Wildcard Runde besteht aus einem Best of 3. Also, wer als erstes zwei Spiele gewinnt, gewinnt die Wildcard Series. Okay? Und kommt dann eine Runde weiter, in diesem Fall in die American League Division Series. Und hier gibt es ein Best of 5. Das wird dann so gespielt, zwei Spiele bei der einen Mannschaft, zwei Spiele bei der anderen Mannschaft. Und wenn es ein fünftes Spiel geben soll, dann geht es nochmal zurück. So, und so könnt ihr das übrigens auch bei der American League Championship und bei der World Series euch genauso vorstellen. Es sind dann immer zwei Spiele, die dann hintereinander gespielt werden. Ähm, so, und wir gehen doch jetzt am besten mal rein. Ach nee, pass auf, das erkläre ich euch nochmal ganz schnell. So, also das ist ein Best of 3. Also, wer als erstes zwei Spiele gewinnt, kommt weiter. Dann ist man hier in der American League Division Series. Das ist dann ein Best of 5. Also, wer als erstes drei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Und dann ist man in der American League Championship Series. Da ist es ein Best of 7. Und wer dann als erstes vier Spiele gewinnt, kommt in die World Series. Und wer da als erstes vier Spiele gewinnt, gewinnt die World Series und ist Champion. MLB Champion oder World Series Champion. Bei aller Bescheidenheit, die die Amerikaner immer so am Tag legen. So, ähm, jetzt gucken wir uns mal vielleicht die Grafik an, genau, von der letzten Saison. Und da kann man vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Also, die Texas Rangers haben am Ende die World Series gewonnen. Seht ihr hier? Uuup. Aber ich möchte hier auf zwei, drei interessante Dinge mal hinweisen. Nehmen wir doch zum Beispiel mal die Minnesota Twins. Die haben ihre Division gewonnen und mussten trotzdem in die Wildcard. Das ist natürlich ärgerlich. Sie trafen auf die Toronto Blue Jays. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Also, die Twins, 87 Siege, 75 Niederlagen, treffen auf die Blue Jays, die 89 Siege und 73 Niederlagen hatten. Also, die Blue Jays haben 54 Prozent, ihre Spiele gewonnen, die Twins 53 Prozent. Also, enges Ding, könnte man sagen. Aber die Twins setzen sich in den ersten beiden Spielen sofort durch. Es ist ja ein Best-of-Three, also du brauchst nur zwei Siege und sie gewinnen die ersten beiden Spiele. Und die Toronto Blue Jays sind draußen. Die Toronto Blue Jays, die also 89 Mal gesiegt haben. Zwei Spiele. Zwei Spiele und die Saison ist vorbei. Das tut natürlich wahnsinnig weh für die Fans. Ähm, interessant sind auch hier die Texas Rangers. Die kommen ja als fünftes, die kommen ja als fünftbestes Team in diese Wildcard. Gucken wir uns nochmal die Rangers an. Die Rangers finden wir hier auf Platz zwei in der American League West. Und die haben 55 Prozent ihrer Spiele gewonnen. 90 Siege, 72 Niederlagen. Es ist natürlich, wenn du das hier siehst, mit 101 und mit 99 und so, denkst du, naja, das ist natürlich eine gute Saison gewesen. Ja, natürlich war die gut, keine Frage. So, aber du musst dich trotzdem jetzt erstmal in der Wildcard durchsetzen. Und das tun sie. Gegen Tampa Bay Rays. Und auch da, sie gewinnen glatt mit 2 zu 0. Und dann ist man in der American League Division Series. Und da trifft man auf das beste Team der American League. Auf die Orioles. Also von den, ne, von den Statistiken. Die American, hier, 101 Siege. Die haben sich auch erstmal nochmal ausgeruht. Während die anderen im Wildcard-Spiel sich battlen mussten, hatten die Spieler erstmal Zeit, sich zu erholen, zu relaxen und neue Energie zu schöpfen. Und dann als beste Spiel der gesamten American League dann in das, also in diese Runde zu gehen der American League Division Series. Und ihr seht es, Texas Rangers gewinnen das glatt. Best of 5 und sie gewinnen die ersten 3 Spiele und sind durch. Unfassbar. Und die Orioles, die 101 Siege hatten, werden nach nur 3 Spielen aus dem Wettbewerb gekiegelt. Und das ist natürlich, das tut wahnsinnig weh. Und das war eine riesen Überraschung, dass die sich da durchgesetzt haben. So, und dann kommst du in die American League Championship. Es ist ein Best of 7. Und du spielst gegen die Houston Astros, die wirklich in den letzten Jahren unfassbar erfolgreich waren. Oft in der American League Championship waren. Auch öfter in der World Series. Und ich glaube, sie haben in den letzten 10 Jahren, glaube ich, auch zweimal die World Series gewonnen. Da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, aber ich glaube, ja. Also, die sind unglaublich gut und der klare Favorit. Und es war ein riesen Fight. Und die Texas Rangers haben sich erst im siebten und letzten Spiel durchgesetzt. Ich glaube sogar, mich erinnern zu können, im Minute Maid Park in Houston. Also bei den Astros, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ist am Ende auch nicht so ganz wichtig. Aber das war natürlich eine riesen Überraschung, dass die Texas Rangers da durchgegangen sind. Und dann trafen sie auf die Arizona Diamondbacks. Das war jetzt wirklich eine Überraschung, dass die so weit kommen. Denn ihr seht, wir haben ja noch gar nicht auf die National League geguckt, aber ihr seht, hier, sechs. Die sind als letztes Team. Die waren das sechsbeste Team der National League. Aber sie waren von all denen, die nachher in diese Postseason gekommen sind, das schwächste Team. Und sie setzen sich gegen das drittbeste Team durch. Ja, gegen die Brewers. Dann spielen sie gegen die L.A. Dodgers. Ey, das ist auch einer der ganz großen Favoriten schon im letzten Jahr gewesen. In diesem Jahr sowieso. Die L.A. Dodgers, ein absolutes, zusammen mit den Atlanta Braves, das sind die beiden Teams, die, sag ich mal, ja, denen die meisten Chancen zugerechnet werden. Absolute Favoriten mit absoluten Superstars. Und die Arizona Diamondbacks setzen sich glatt mit 3-0. Die gewinnen die ersten drei Spiele in diesem Best-of-Five gegen die L.A. Dodgers. Unfassbar. Dann geht es gegen die Phillies. Und auch da war es super knapp. Auch hier brauchte man ein siebtes Spiel. 4-3. Und man kommt dann in die, unfassbar, die Arizona Diamondbacks im World Series Finale. Unfassbar. Aber treffen dann auf die Texas Rangers. Und dann seht ihr, da haben sich die Rangers relativ klar durchgesetzt mit vier Siegen und einer Niederlage. Was jetzt vielleicht nochmal, ich finde es zumindest, auch nochmal ganz interessant ist, ist, ihr müsst eins verstehen. Wenn wir das nur aus so einer Champions League oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft Brille sehen. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen gesagt. Eine Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wenn ihr das so seht, dann ist es eventuell ja für die L.A. Dodgers, oder machen wir es hier, für die Phillies. Machen wir mal für die Phillies. Dann ist das dann vielleicht eine enttäuschende Saison. Weil sie sind dann ja im Halbfinale ausgeschieden. Ja, natürlich werden die sich darüber ärgern. Aber sie haben trotzdem einen Titel gewonnen. Denn sie haben den National League Division Series Titel gewonnen. Sie haben sich in diesem Wettbewerb durchgesetzt. Deswegen, das ist ein Titel. Ja, also wenn ihr manchmal in die Stadien guckt, dann seht ihr manchmal, da sind irgendwelche Banner mit irgendwelchen Titeln. Und im Stadion der Philadelphia Phillies wird da jetzt irgendwo eine große Fahne sein, wo dann da steht, National League Division Series Gewinner 2023. Davon gibt es natürlich zwei, weil hier haben sich ja die Arizona Diamondbacks auch durchgesetzt. Die sind auch National League Division Series Gewinner 2023, weil es gibt ja zwei Teams, die sich da durchsetzen müssen. Hier gibt es dann nur noch ein Team, in diesem Fall die Arizona Diamondbacks, die dann auch sicher irgendwo eine Fahne haben werden und stolz darauf sind, dass sie die National League Championship Series Gewinner sind. Ja, die Diamondbacks sind nicht die Loser. Ja, sie haben die World Series verloren. Aber hey, wir haben die National League Championship Series. Die haben wir gewonnen. Und das Gleiche kann auch Texas Rangers sagen, die aber natürlich das Ganze jetzt noch grün mit der World Series. So, und da haben wir ihn, den Gewinner. Der World Series 2023, die Texas Rangers. Das war ein besonderer Titel für die. Und ob der sich wiederholt dieses Jahr, also die Experten glauben nicht daran. Ich bin kein Expert, ich glaube aber auch nicht daran. Das ist schon ziemlich einmal, die haben sich nachher in einem Flow gespielt. Das ist auch unfassbar gewesen. Ja, und es ist auch ihr allererster Titel. First World Series Championship in Franchise History. Ja, also zum allerersten Mal, dass die Texas Rangers sind. Die gibt es seit 1971. Davor waren sie in Washington und hießen Washington, habe ich jetzt in dieser Sekunde vergessen. Egal, irgendeinem Senators oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit diesen Teams. Die werden dann ja auch gekauft von Ownern und dann werden sie irgendwann weg platziert. Zum Beispiel die Oakland A's, die wir vorhin gesehen haben, die so ganz schlecht gespielt haben. Das wird 2026 oder 2027 werden die zu den Las Vegas A's, weil die haben einen neuen Owner und die bauen gerade in Las Vegas ein neues Stadion. Und dann werden die Oakland A's dann zu den Las Vegas A's. Und so ist das im Baseball bei vielen Teams. Es gibt natürlich die Boston Red Sox, es gibt die New York Yankees und sicher noch die St. Louis Cardinals und die Chicago Cups. Also es gibt natürlich so ein paar Teams, sicher habe ich jetzt noch zwei, drei vergessen, die schon seit über 100 Jahren in dieser MLB spielen und die eine wahnsinnige Historie haben. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Teams, die dann aufgekauft und dann teilweise auch in andere Städte gesetzt werden. Und deswegen, die Texas Rangers sind jetzt nicht wie die New York Yankees seit über 100 Jahren in der MLB, sondern die Texas Rangers sind halt erst seit 1971, also seit etwas über 50 Jahren, wenn ich das jetzt ganz schnell überschlagen habe. Ich hoffe, ich lag da jetzt richtig. In der MLB, was immer noch eine ganz schön lange Zeit ist, über 50 Jahre, und haben noch nie die World Series gewonnen. Aber vielleicht waren sie schon mal im Finale, vielleicht waren sie schon mal in der World Series. Vielleicht haben sie auch schon mal Division Series gewonnen oder die Championship Series gewonnen. Das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Ich habe das jetzt nicht sofort drauf. Aber die World Series, das ganz große Ding, das haben sie letztes Jahr zum ersten Mal gewonnen. Das macht es natürlich auch nochmal besonders. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt alles erklären. Wie immer, es dauert bei mir zu lange. Das ist nicht YouTube-konform. Das weiß ich. Das ist nicht Mainstream. Es tut mir leid. Aber ich habe eine gewisse Begeisterung für diesen Sport, für die MLB. Und ich möchte den halt rüberbringen. Und entweder man nimmt sich die Zeit für meine Videos oder nicht. Diejenigen, die sich wieder Zeit genommen haben, das sind ja auch einige, das habe ich ja am Anfang gesagt, ich bekomme echt über meinen Discord oder hier in den Kommentaren oder so, ich bekomme echt schönes, richtig tolles Feedback, was mich auch freut, was mich total motiviert. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank auch wieder für eure Zeit. Jetzt seid ihr gut vorbereitet, wenn ihr bei MLB The Show 24 den Franchise-Modus spielt oder wenn die wahre, die echte MLB-Saison am 27. oder 28. März in ihre nächste Saison startet, dann wisst ihr jetzt schon, wie viele Spiele spielt man gegen die eigene Division, dann gegen die eigene Liga und gegen die fremde Liga. Ihr wisst es jetzt, ihr könnt das jetzt alles aussagen. Bin ich stolz auf euch. Und in diesem Sinne, danke wieder mal für eure Zeit, für euer Interesse. Und ja, wenn ihr mehr Themen, also es gibt noch so einige Themen, das muss ich noch ganz schnell sagen, es gibt noch so einige Themen. Zum Beispiel der, unfassbar, ist der Videoschiedsrichter. Es gibt auch einen Videoschiedsrichter im Baseball und diese Regel ist so fantastisch, wo ich immer nicht verstehe, warum wird die nicht bei der FIFA so eingesetzt. Weil dann hätten wir diese ganzen Diskussionen nicht. Ich erkläre euch, wenn ihr wollt, in einem der nächsten Videos mal den Videoschiedsrichter im Baseball, der übrigens auch Einzug erhalten hat bei MLB The Show 24. Hatte ich auch schon, als ich gespielt habe, dass ich schon mal den Videoschiedsrichter anrufen konnte. Habe ich sehr gefeiert. Oder zum Beispiel Stolen Bases sind unglaublich wichtig. Habe ich noch gar nicht erklärt. Was bedeutet Stolen Bases? Wie macht man das? Worauf achten die Spieler? Wann laufen sie los? Wann laufen sie nicht los? Auch das kann ich euch gerne mal in einem der nächsten Videos erzählen. Also es gibt noch viel zu erzählen und wann immer ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Und jetzt entlasse ich euch wirklich. Danke für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Danke für eure Geduld und Tschüss aus Hamburg.